Oh, es hat aufgeraht zu regnen, wunderschön, 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 hey, da war was, nehme ich, okay, ist wieder voll, hallo, bleib da nicht hängen, du Pille, Mann. Ich bin ja immer gespannt, hat das jetzt gereicht oder nicht, einer noch, euer Ernst, liegt hier zufällig irgendwo einer, bitte, bitte, ihr wollt mich jetzt doch nicht etwa wieder, ins Gebüsch rennen lassen. Och, komm. Wegen eins ums Stock oder was? Alter, really? Gut, jetzt wäre ich wahrscheinlich schon links im Wald gewesen. Aber nö, ich möchte diesen letzten Knüppel jetzt woanders finden. Ist mir egal. Hier pfeift die Luft. Ist hier eine Höhle? Ist hier eine Höhle? Könnte ich jetzt jedenfalls denken, weil hier die Luft so extrem am pfeifen ist, aber irgendwie. Hallo? Ist okay, ist völlig okay. Kandinchen. What? Was war das? Egal, Federn, nehme ich. Guck mal her. Perfekt. Warum ist hier nirgendwo ein Ast? Ast, 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 Ast. Ja, schön. Jetzt mache ich das Inventar aber gleich wieder voll. Kein Bock hier wegen einem Ast. Oh, cool. Bären. Das Inventar ist, glaube ich, voll. Aber wenn ich das jetzt, wenn ich jetzt so weiterlaufe, kann ich den mit nach Hause nehmen. Ich muss nur die ganze Zeit auf E-Baschen. Ist mir egal. Komm her. Mann. Drecksack. Wo ist denn? Ach, da. Hauf rumzurennen. Bleib doch mal geschmeidig, braver Junge. So. Hey, ne Feder. Guck mal her. Da ich ja zu faul bin, nachzuschauen, was Federn anrichten und das ja jemand in die Kommentare geschrieben hat. Die gute Luna live. Weiß ich ja nun, dass die Federn in der Tat die Schlaggeschwindigkeit erhöhen. Ach, ist das nicht wunderschön? Schade nur, dass das Licht gerade so beschissen ist. Ja, ist okay. Da dachte ich mir immer, ich nehme das als Thumbnail, aber nö. Das Licht macht nicht mit. Macht nicht mit. Tütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütüt Gibt's hier Fische? Da gibt's Fische. Komm, da hol ich mir doch noch ein paar. Ist halt nur toll, wie sie nicht am Rand rumschwimmen. Kommt her! Warum kann ich sie nicht so greifen? Ich will Fischis haben. Ach, dann nicht. Oh, Moment, mir juckt die Nase. Ach, so ein Phänomen, ey. Warum juckt mir beim Aufnehmen immer die Nase? Und warum bin ich nicht der Einzige auf YouTube, der das Problem hat? So. Hallo, da will ich nicht hin. So. Hallo, Häschen. Hallo, Häschen. Ich brauch Futter. Und Federn. Komm her. Ah! Verdammt. So, 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 so. Dann bauen wir mal die Käfig fertig. Knallen uns was zu essen ans Fleisch-Trocknungs-Dings. Ich staune, dass es das wenigstens gespeichert hat, das, was da dran gehangen hat. Weil der Knaller wäre es ja, wenn es das gelöscht hätte. Weil dann wäre ich ja dezent ausgerastet. Rabbid-Cage. Okay, was haben wir noch? Effigies? Nö, brauche ich nicht. Deadfall-Trap. Noose-Trap. Aha. Ne Bank. Ach klar, bauen wir mal. Einfach, weil ich gerade... Lust habe. Auch wenn ich mich da eh nicht drauf sitzen kann. So. Ja, ist ein bisschen schief, aber das macht nichts. Schief ist modern. So. Was, man kann sich hinsetzen? Ach, wie cool. Ja, ist in Ordnung. Sitzt halt neben der Bank. Das ist völlig okay. Er sitzt sich immer neben die Bank. Warum? Hm, okay. Ähm. Ey, kommt. Ist das euer Ernst jetzt? Moment, ich muss mal kurz... Äh, scheiße. Ich habe kein Dings mehr. Geht weg. Geht weg. Ich bin gar nicht da. Nein, nein, nein. Das hatten wir schon mal. Ich habe jetzt keinen Bock gegen euch zu battlen. Ihr könnt euch da gerne umschauen. Haut ab. Ich will nicht, dass ihr das da kaputt macht. Drei Mann. Könnte schwierig werden. Das ist doch ein Rabbit-Cage. Das ist doch ein Rabbit-Cage. Warum bleibt es da drin? Geht weg. Geht weg. Geht weg. Geht weg. Ja, ja. Lauf weiter. Da könnt ihr ruhig lang gehen. Das, äh, ne? Ist genehmigt. Boah, wie synchron sie sind. Also die hintersten zwei auf jeden Fall. Hört auf euch das anzugucken hier. Hau ab. Verschwindet. Ich habe jetzt keinen Bock zu kämpfen. Meine Axt ist noch nicht so imber wie in den letzten Folgen. Den versteht ihr nicht. Haut ab. Jetzt. Los. Weg. Kusch, kusch. Psch, psch. Okay, er hat es verstanden. Dem anderen müssen wir es wohl beibringen. Das ist aber auch kein Problem. Krieg hin. Hier, frisst das. Ja, ja. Ihr heißen Typen. Was sagst du dazu? Hä? Spacko. Kannst du mal sehen, was ich so drauf habe. Skillshot und so. Zähne. Ja, ja. Rausgebrannt aus dem Gesicht. Gar kein Problem. Wo ist denn der andere? Hier war doch noch einer. Habe ich den Hasen erwischt? Mit einem Molotow-Cocktail? Im Ernst? Krasser Shit. Okay. Wo ist Anna? Das sollte erst mal wieder burnen, wa? So, rein da. Oh, Alter. Diese Tür, ne? So. Okay. Inventor. Inventor. What? Wo ist es hin? Was ist denn eigentlich dran? An viel Zeug. Anscheinend nicht wenig. Wo? Und vor allem. Warum? Piss dich. Und nimm deine Kollegen gleich mit, die da am rumknabbern sind. Wer auch immer da schon wieder am fressen ist. Das klang so extrem nah. Oder war das er? Ach hier. Hier liegt ja noch jemand. Kein Wunder, dass die hier am rumfressen sind. Geht ja gar nicht. Mit der Scheiße hier. Meine Fresse, ey. Lass die so nicht lernen. Also das Licht anmachen hier. Mach an. Ach ja, dann lass es halt. So. Okay. Rabbit fur can be used in crafting. Aber für was? Ich knolle einfach mal alles rein hier. So. Kommt da irgendwas raus? Ne, anscheinend nicht. What? Push? Ach, ein Säckchen. Collect Berries. Ach, krass. Das wusste ich nicht. Das ist cool. Ich habe ein Säckchen gebastelt. Hihi. So, ähm. Halt's Maul! C. Ein Zelt. Und weiter geht's. Und Lampe aus. Und nochmal gucken, was hier hinten war. Da liegt ein Lurch. Also hier so ein, so ein, so ein, so ein, so ein. Flying Lizard. Hallo, kann ich das irgendwie? Okay. Kann ich die Falle auch irgendwie wieder reaktivieren? Ja, perfekt. Okay. Okay.